Zichorien-Kaffee ist Kaffee aus Wurzeln. Konkret aus den Wurzeln der Wegwarte. Normalerweise bekannt von Straßenrändern oder Bahndämmen. Das verarbeiten wir zu Zichorien-Kaffee. Kleine Röllchen schneiden, Rohrzucker. Wir kriegen eine schöne Braunfärbung, die fast ins Schwarze geht. Gute Kaffeemehle von meiner Oma. Ich bin gespannt. Erstaunlich gut. Ein bisschen wie Malzkaffee.